Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich eine Wechselschaltung mit zwei Schaltern fachgerecht an einer Lampe anschließen kann, damit das Ganze immer an bzw. ausgeht. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten werden, müssen wir unbedingt einmal die fünf Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür sind spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoll. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schreitplan an, wie das Ganze eigentlich funktioniert. In meinem Fall kommen wir mit einer dreiadrigen Zuleitung, nimm 3x1,5 Quadratmillimeter zu unserem ersten Wechselschalter hin. Von dort aus geht es weiter mit einer fünfadrigen Leitung zu unserem zweiten Wechselschalter. Und zum Schluss haben wir noch eine dreiadrige Leitung, welche zu unserer Lampe geht. Der blaue Neutralleiter wird bei unseren Schaltern nicht benötigt, deswegen wir diesen direkt auf unsere Lampe anklemmen. Genauso können wir das auch mit unserem grün-gelben Schutzleiter hier machen. Nur der meist braune Außenleiter geht jetzt erstmal bei der ersten Wechselschalter in unsere Eingangsklemme L hinein. Von dort aus wird das Ganze geschalten und wir haben dann zwei Ausgangsklemmen, welche mit diesem Pfeil hier gekennzeichnet sind. Und danach gehen nämlich diese zwei korrespondierenden Leiter weiter zu unserem zweiten Wechselschalter, wo das Ganze einfach verkehrt herum angeschlossen wird. Bedeutet, dieses Mal sind wir meine zwei Eingangsklemmen hier mit dem Pfeil gekennzeichnet. Das Ganze wird wieder geschalten und die Ausgangsklemme ist dieses Mal die Klemme L. Und von dort aus geht es dann nämlich auch schon weiter zu unserer Lampe. In der Praxis ist meine Lampe fachgerecht angeschlossen, wofür ich auch schon mal ein extra Video gemacht habe. Und jetzt muss ich mal noch die Zuleitung, die zwei Leitungen zwischen meinen Wechselschalter und auch die Leitung, welche zu meiner Lampe hochgeht, um circa 10 cm abmanteln. Und wichtig hierbei ist, dass am Ende noch circa 1 cm von dem Mantel in die Hohlwanddose übersteht, um einfach eine entsprechende Zugeentlastung zu haben. Wenn wir das haben, habe ich unsere grün-gelben Schutzleiter hier und meine blauen Neutralleiter genauso wie bei der zweiten Hohlwanddose auch einmal nebeneinander gelegt. Das Ganze mit genug Reserve in die Hohlwanddose hier hinten hineingegeben. Und jetzt, wenn ich jetzt etwas nach oben abknicke, kann ich es nämlich auch schön auf dieselbe Länge mit einem einfachen Seitenschneider abkürzen. Das selbe Spiel mache ich bei meiner zweiten Hohlwanddose auch. Und jetzt kann ich nämlich wirklich einmal alle Leiter hier auf 11 mm abisolieren, dass sie auch für die Klemmen und vor allem auch für meine Schalter genau passend sind. Im nächsten Schritt gebe ich die beiden grün-gelben Schutzleiter in beiden Dosen jeweils in so eine Klemme hier hinein, um sie miteinander zu verbinden. Mache das selbe Spiel mit den blauen Neutralleitern. Gebe sicherheitshalber jeweils noch eine weitere Klemme hier auf meinen braunen Außenleiter zwischen den zwei Schaltern, da ich diesen ja jetzt nicht benötige. Und anschließend kann ich die Klemme jetzt auch schon nach oben schauen und in meiner Hohlwand- bzw. Unterputzdose einmal verschwinden lassen. Wichtig hierbei, dafür muss natürlich die Dose auch tief genug sein. Da jetzt alles vorbereitet ist, kann ich mal den braunen Außenleiter meiner Zuleitung hier oben bei L in meinen Wechselschalter hineingeben. Und hier unten kommen jetzt die zwei Korrespondierenden drauf. Es ist übrigens egal, ob der schwarze rechts oder links ist. Ich habe mir jedoch angewöhnt, links ist bei mir immer der graue und rechts kommt immer der schwarze rein. Natürlich muss mein Schalter jetzt um 180 Grad geht der Rede Richtung Hohlwanddose schauen. Ich habe das Ganze zur Veranschaulichung nun mal auf der Rückseite angeschlossen. Und wenn du jetzt dann übrigens auch noch Hohlwanddosen hast, dann sollte man auf jeden Fall diese Schraube hier links und rechts, ist normalerweise auch noch eine drin, auf jeden Fall raus machen. Denn dann kann man nämlich hier hinten diese sogenannten Spreizkrallen entfernen, welche einfach zur Befestigung nur für Unterputzdosen geeignet sind. Denn im schlimmsten Fall könnten diese Spitzen hier jetzt auch einen Leiter hier hinten drin beschädigen. Und wenn das Ganze dann soweit passt, dann kann ich mal meinen Einsatz hier hineingeben, bei den entsprechenden Befestigungsschrauben natürlich auch richtig einsetzen und jetzt mit einer Wasserwaage oder mit den entsprechenden Linien hier ausrichten und einfach einmal festdrehen. Mein erster Schalter auf der linken Seite ist somit fachgerecht angeschlossen und jetzt habe ich hier oben mal den braunen Außenleiter, welcher zu meiner Lampe geht, nach dem Schallplan entsprechend schon bei L hier oben angeklemmt. Hier links gebe ich jetzt meinen grauen korrespondierenden Leiter drauf und hier rechts meinen schwarzen. Wenn auch hier alles richtig angeschlossen ist, meine Spreizkrallen schon ausgebaut sind, dann kann ich natürlich auch diesen Schalter mal entsprechend wieder bei meinen Befestigungsschrauben hineingeben, wieder mit einer Wasserwaage oder mit den entsprechenden Linien ausrichten und einmal festdrehen. Zum Schluss bringe ich meinen Rahmen jetzt hier mal noch drauf, kann jetzt auch die Wippe entsprechend einsetzen, schaue, dass sie natürlich überall schön einklipst und danach muss ich noch die Blende hier vorne aufsetzen. Dasselbe Spiel bei meinem zweiten Rahmen bzw. zweiten Schalter auch, wieder alles schön einklipsen und danach die Blende aufsetzen. Und sobald ich wieder Spannung auf mein System gebe, um das Ganze mal auf Funktionalität zu überprüfen, können wir auf jeden Fall sehen, egal welchen Schalter ich jetzt betätige, das Licht geht aus bzw. an. Und somit haben wir jetzt auch schon eine Wechselschaltung mit zwei solchen Schaltern hier richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Wechselschalter mit Rahmen oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.